Da läuft ja auf, laufe wie hier! Huuuuhh! Oh Gott. Ja. Oh Gott, ich bin jetzt schon völlig fertig. Okay. So, hab ich auch die richtige Waffe? Ja, das hast du. Ach, scheiß, wir müssen das ja weiterhin machen. Ja! War das jetzt der Part, wo uns die... Das ist der scheiß Knüppel-Paule hier, der dumme Dreckhaus-Hund. Ja, wenn ich hören will. Hm. Also die, die mit Messer schwingend auf dich zu gerannt kommen? Nein. Nein! Nein heißt nein! Oh, äh, uh. Ich habe sie eventuell geboxt. Ist das schlimm? Ähm, pffaach. Wir behaupten einfach, die bösen Terroristen waren das, deswegen ist die so verletzt. Okay, das ist gut. Okay, jetzt bleiben wir aber definitiv ganz eng zusammen. Hallo. Okay. Weil was ist mit den offenen Bereich? Draußen, würd ich sagen. Ja. Ja. Schön, dass wir uns da einig sind. Ey! Ach, schieß ihn! Äh, ja, hast du gut gemacht! Okay. Dann geh ich halt doch hier rein, gut. Ja, ne? Jetzt, wenn sie uns schon so zwingend einmal aufgeht. Apropos raus, ne? Raus, raus. Äh. Na, was war's? Ja. Tschüss, Lati-Dingsbums. Äh, keine Ahnung. Ich lass das einfach so offen und guck, wie viele, ob da wir, Anzahl, ne? Ich seh das ja. Du verstehst. Ja, ja, renn doch nicht so. Oh! Nein! Oh! Ja, genau. Ich hab aber auch beschissen gezielt. Und da unten kommt ein Zombie. Alter! Ähm. Ja, und jemand anders schießt durch ein Fenster. Ich würd' grad sagen, da kam nicht nur ein Zombie. Ja, das läuft doch richtig gut schon wieder. Erschlag ihn! Hab ich. Schau, seine Waffe und seine Unterhose. Die Unterhose will ich nicht. Aber wir sind die Unterhosenwichtel. Ah, ja. Ey, du gehst rein und ich halte ihn da oben. Ist einer oder ist einer? Nein. Hier war ein Zombie drin. Ich halte den Typen im Bad zum Beispiel in Schach. Das machst du gut. Wenn er dich bewegt, schieß ich. Hast du gut gemacht. Mensch, das ist echte Polizeiarbeit. Ja, wirklich. Hier ist einer. Nein! 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 Ach, Mann! Wer hat denn da geschossen? Er. Er! Nee, der hat ne Shotgun. Du hast auf mich geschossen. Der da. Ich hatte nicht geschossen. Ach, scheiße. Ich habe offensweise mal nicht geschossen. Oh. Ey! Mann. Äh. Manchmal hilft doch einfach so ein Warnschuss. Das stand ja in den... Oh. Auf. Der ist tot. Er wird dir nicht mehr wehtun. Er wird dir nicht mehr wehtun. Aber der, der hinten haut, kommt schon. Hm. Ihr habt euch gegenseitig erschossen. Drück R. Ja, ja. Ich habe R gerade versucht zu drücken. Okay. Aber was wir festhalten müssen, der Ping haut hin. Ja. Der Ping ist ganz doll. Der geht jetzt vielleicht früh nicht mehr. Wer weiß. Ah. So. Der wollte dich Messerschlitzen. Mh. Nimm, 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 nimm fest den Sauhund. Da ist noch einer. Sei vorsichtig. Wenn du nicht rennst, kannst du dich übrigens an die so ein bisschen ranschleichen. Okay. So jetzt. Hm. An den dann nicht. Nüppel her, du Sau. Lalalala. Schwieriger Schleicher war das. So. Jetzt aber wirklich draußen, oder? Ja, jetzt wirklich draußen. Okay. Ich schleiche mich. Ich schleiche. Ich schleiche. Oh. Oh. Du musst doch nah rangehen. Ja, ich hab das schon wieder. Oh Mann. Ah, das Umgreifen ist so blöd irgendwie. Wenn man nach rechts geht, dann von D auf F. Weißt du? Ist das auf F? Na, schlagen ist auf F. Achso, das habe ich auf der rechten Maustasse. Hihihi. Ach stimmt. Vielleicht ist das gar nicht so blöd. Warte. Ist der Nächste. Nein. 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 Aua. Nein. Nein. Wir haben sie. Das sind beide. Ja, das haben wir. Ähm. Ja, dazu noch ein Zivilist. Ja Mensch, das. Zwei Zivilisten. Ich hab hier draußen noch einen verhaftet. Du musst den bösen Buben schon verhaften. Was tust du denn da? Und hör mir die Tür vor der Nase zu machen. Naja, ich hab dir damit einen Klaps an den Hintern. Hier, die Waffe von ihm hast du nicht eingesammelt. Äh. Okay. Hatte der eine? Ja. Nein. Oh Gott. Der wurde gebissen. Ich musste es tun. Ja. Ja. Ich glaube hier liegt ein Messer. Komm jetzt einsammeln. Ne, schade. Na, okay. Erstens, was wir hier ist. Wohin? Hier oben? Hier rein. Warte mal. Ein Durchbruch-Kit? Ich hab keins mit. Au! Au! Der hat mich bei der Tür... Das ist ein ganzer Zombie. Okay, alle tot. Der hat mir bei der Tür eins verlaz gehauen. Nimmst du noch? Ja. Oh, hier kommt wer von oben. Ich bin verdingenst. Ach, scheiße. Ich bin infiziert. Ich bin verletzt. Na toll. Der Zombie hat mich durch die Tür ge-ge-gehabst. Gebissen. Gedingst. Alter! Du hast dich doch gerade ergeben gehabt. Dumme Sau. Einmal den Rücken zugedrehen und schon ergeben die sich nicht mehr. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, ich hab den fast übersehen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ja. Alter, mach keine Undumheiten, ne? Du. Zum Glück kriegen was fürs Prügeln. Keine Polizeigewalt angedichtet. Ich bin schon wieder verletzt. Ich glaube, ich heil mich mal lieber vorsichtshalber, oder? Ja, heil ich. Ich hab ihn noch gekriegt. Hast du gut gemacht. Hab ich die Waffe? Geh mal weg. Geh weg. Ja, ich glaube schon. Okay. Sehr fein. Okay, wohin geht's nun? Ich glaube, hier drüben. Ja, hier der Wohnwagen hier. Hier waren wir noch nicht drin. Sitzt. Durch... Halt! 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 Ja, sorry. Ich seh's schon. Ich sichere die Tür. Ja. Sehr sicher. Da war einer. Hast du gut gemacht. Clear? Äh, ja du. Ich weiß nicht, so recht. Haben wir auch alle? Haben wir irgendjemanden nicht festgenommen? Das kann gut möglich sein. So wie ich uns kenne. Uns fehlten gerade 49 Punkte. Nee, nee. Gibt's hier nicht wieder irgendein Badezimmer, wo nur noch einer drinnen ist? Äh, wirklich? Äh. Ach, hier unten ist noch. Hier unten. Da geht die Türkarte auf. Ja. Sehr vorsichtig. Moment. Aha. Oh, über uns ist noch, äh, Bambule. Ich hab den einen. Ja, warte, warte, hier unten ist noch nix. Hallo? Ja, ja, ich will jetzt, aber der kam raus. Ich musste mich verteidigen. Oh, sehr gut. Dafür kann ich doch nix. Arg. Womit, Arg, hast du ne Waffe? Nee. Okay. Wenn ich ihm dabei aus Versehen ein bisschen ins Gesicht geschossen hab, dann ist das doch verstehentlich. Wir haben über 20.000 Punkte. Ich glaub, das reicht jetzt. Hm? Okay. Hier oben ist noch einer drinnen in dem Raum hier, ja. Okay. Hm. Das war so ein Messerschlitzer. Ja. Hä? Moment. Was denn? Ach so. Äh, es fehlt immer noch was. Hast du die hier auch alle brav? Ja, die haben alle die Hände hinten. Kloser der... Ja, ja, hier im Fischteich, genau. Da kommt man im Fischteich. Fisch, Karpfen, ja genau. Ach. Sind wir hinter das Haus hier gelaufen? Was ist von Haus? Hier, diesmal. Hier, wo vorhin auch der Typ geholfen ist. Natürlich, da ist er! Oder glaubt ihr Gewaltanwendung? Jaja, der kam auf mich zugerannt. Hier wieder die böse Ecke, hier, um die Ecke. Doch, jetzt ist Mission abgeschlossen, wir haben es. Nein. Doch. Nein. Rang C, wir haben es, doch. Ja, nein, bei mir nicht. Ihr laber nicht, wir haben es. Nein, haben wir nicht. Also bei mir nicht. Drück jetzt Enter. Ich kann nicht Enter drücken. Ach, scheiße. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Ja, ne? Hm, ich bin da nicht mal ganz... So, würdest du vielleicht mal ganz kurz aus Versehen abschießen, abrücken, mit Abzughebeln kommen? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja? Jetzt haben wir schon 10 Minus, machst du gut. Schieß mich tot, bin ich tot? Nein. Ich habe keine... Ich prügel mich tot, du kannst mich doch tot prügeln. So, jetzt haben wir ein D+. Machst du immer besser. Ja, aber ich... Ich... Jetzt musst du dich irgendwie selber töten, ne? Ist das dein Ernst? Kein Kommentar dazu. Aber das müsste eigentlich zählen, wenn wir ins Hauptmenü gehen, dann können wir bestimmt eine neue Mission auswählen. Meinst du? Ich denke mal schon, ja. Wollen wir es einfach versuchen? Ja. Wollen wir es testen? Ja. Nein. Ja, wir können. Geil. Kriegserklärung. Ja, wir können eine neue Mission auswählen. Achso hier, doch, war gerade nämlich der alte Text noch, deswegen. Ja, ich muss ja erst auswählen. So, Besprechung. Zentrale. Ich habe zwei Nachrichten für euch. Und eine ist schlimmer als die andere. Erstens, der Bereich ist komplett blockiert. Ihr könnt von Glück reden, dass es immer noch eine Verbindung gibt. Zweitens, Polizeirevier 42 wurde angegriffen. Viele Polizisten flüchteten, als sie vom Lockdown erfuhren. Und jene, die geblieben sind, versuchen in der Stadt wieder für Ordnung zu sorgen. Sie brauchen eure Hilfe. Oh Gott, die können wir doch alle erschießen. Verdächtige insgesamt 19. Zivilisten 4. Es gibt keine falschen Zivilisten. Und der Schwierigkeitsgrad ist 8 von 10. Also dürfen wir keine Zivilisten erschießen? Nee, dürfen wir nicht. Ich weiß nicht, ob man das gefällt. Ich kann mal... Ich bin da auch... Ich bin da auch eher mit gemischten Gefühlen dabei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, Moment. Ich muss ganz kurz... Ja, ja, tu Dinge. Zombies. So. Zombies. Hallo. Da liegt schon einer. Guck mal. Geheil, wir müssen ihn umdrehen. Hallo. Stehst du wieder auf? Sei vorsichtig. Nee, anscheinend nicht. Der wird auch noch gefilmt. Der hat einen Baseballschläger, der kommt gleich. Der will schwingen, den musst du erschießen. Siehst du, und schon hat er dich verletzt, weil du nicht aufgepasst hast. Geh weg. Zombie. Gib mir, Knarre. Ja. Geht gut los. Yeah. Geht um. Warte, Moment. Moment. Wo sind hier Stolper? Was war denn das gerade? Da war doch wer. Nein, 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 nein. Rick, du sagst, nein, Rick, nachladen, Rick. Danke, Rick. Du redest ja mit deiner Figur wie mit einem Hund. Vorsicht, hier kommt wer. Ja, natürlich. Ist das nicht eines? Oh Gott, denn den hat man ja lange in dieser Orangen. Das stimmt. Ich habe mich auch gerade gewundert. Ich muss kurz überlegen, ob das ein Feind ist. Okay, ist keiner drin. Nicht mal Drogen. Ist Gold. Wie enttäuschend. Oh, echt? Gold, das sind Dollar. Und das hier sind Dollarnoten, stimmt. Hm. Kann man das hier einfach mitnehmen? Mensch, du Elster. Das hast du wieder erkannt, ne? Natürlich. Hm. Oh, hier sind Schritte. Ich habe ihn vom Zombie gerettet. Ach, scheiße. Was denn? Oh, fuck. Äh. Was? Ach, Mann. Erzähl ich dir dann. Okay. Ich habe vergessen, wieder rauszugehen. Ach so. Na dann los, Raider! Ach, so eine Scheiße, ey. Äh, soll ich dich wiederbeleben? Ja, ne? Ja, mag mal. Danke. Das zum Kotzen. Bitte. Die Gummibärchenbrotdose. Die schafft sie alle. Oh Gott. Nix. Mann, was tust du? Wo tust du echt? Ich habe mich geschossen, keine Ahnung. Ich muss weg. Oh. Entschuldigung. Okay. So eine Scheiße hier. Ach, ey. Das prügel es. Du schaffst das. Ja, Lene. Natürlich. Also komm. Scheiße, schaffe ich. Ich treffe Tommy nicht. Ach, jetzt. Ja, kommt noch einer. Ich muss nachladen. Ich auch. Und ich bin infiziert. Scheiße. Ich muss mich heilen. Ich auch. Okay, jetzt. Ähm. Ich habe ihn. Ich habe ihn auch. Moment. Was aber? Ich habe keine Munition mehr. Äh. Ja, so geht es mir da auch. Moment, lass erst mal. Ah! Ich bin tot. Hilfe. 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 Ach, scheiße. Das ist ja... Das ist ja der Ernst. Echt? Hm. Die Tod prügeln geht nicht. Nur fürs Protokoll. Schöne Scheiße. Ach, schön. Hallo, Zombie. Tschüss, Zombie. Ach, das ist das... Ach Gott, ich bin dran. Das ist das Police Department, ja. Der will einen Anwalt. Wofür? Oh, ich habe gerade was gehört. Da kommt ein Zombie. Äh. Hallo? Ich bin verletzt. Ich auch. Bin schon wieder verletzt. Ist immer noch verletzt. Du hast schon wieder viel zu viel Spaß. Alter, 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 Alter. Ähm. Die Zombie, Alter, hat mich getötet. Drück doch einfach R. Ach, scheiße. Drück doch einfach R. Warte, den Zivilist. Oh Gott, ey. Hallo, junger Mann? Ja, Hände, die R, habe ich gesagt, und nicht Hände auf mich richten. Wer ist du? Ähm. Was? Äh. Drück doch einfach R. Mhm. Ne? Ja. Moment. Scheiße. Oh Mann. Einer da, schade. Oh nein. Hallo. Du bist verletzt. Bäh. Zau'nd'n, der mich hier einfach. Frech, sag's. Ja, gut. Du machst das ganz, ganz toll. Danke. Danke. Schönes Ding. Hm. Ach so, Moment. Hier waren, glaube ich, keine Zivilisten. Also keine, keine, ja. Keine Fake, ja. Hier sind alles nur echte. Also die darfst du nicht einfach erschießen. Ach, das ist aber schade. Die sind ungefährlich, wenn es welche gibt. Oh, er ist tot. Ich nicht. Haha. Haha. Ich bin... Ah! Oh Mann. Hättest du mir das bestimmt vielleicht bereut, das gesagt haben? Ja? Ja, lebt noch. Ich bin tot. Ja, ich muss mich kurz heilen. Ja, heil dir. Ist schon wieder so ein scheiß Rocket Ballon. Flieg weg. Warte, ich komme dich retten. Danke. Bitte. Habe ich hier noch? Irgendwas in meiner Brotbüchse? Ja, habe ich. Da hinten ist eine Zivilistin. Ach, sehr gut. Okay, Messer. Die hören wenigstens. Hör. Na, ist... Ist ja unfassbar. Aber... Das war die falsche Taste. Hat die vorhin schon da? Nee. Ja, und du? Ja, weiter suchen. Irgendwo muss noch was sein. Oh, ich muss niesen. Verdammt. Dann hieß... Tu es. Tu es. Oh! Gesundheit. Danke. Du bist fest. Yeah. Ach, hier ist noch was. Ich heil mich nochmal, sicherheitshalber. Ach, da oben ist noch dieser fette Konferenzsaal. Stimmt. Warte, ich komme von der anderen Seite. Drogen! Das! Mir war ganz entgegen, Tatiya, ist einer! Ja, der war der letzte. Die sind Drogen. Okay, wir haben alles, oder? Sind Drogen? Ich habe Drogen gerade vom Billardtisch genommen. Achso. Bitte noch andere Drogen. Nee. Okay. Nee. Oh, schief. Nein. Zentrale. Die Scheiben waren alle kaputt vom Polizeirevier. Wir wissen auch nicht, wie das sein konnte. Ja, das ist ja tragisch. Wir haben 15.116 Punkte. Das reicht never ever. Hätte ich uns aber niemals zugetraut, so viele Punkte. Wieso? Weil wir so gut fahren. Oh, wir haben eine K10! Oh, was hattet ihr euch von einem Angriff auf die Polizeistation erhofft? Sehr geehrte Narren, das war's dann für euch. Das ist ein Joker. Haha, für uns. Das war's für euch. Das war's für alle. Wir sind die Boten der Apokalypte. Hihi. Hey. Ihr seid abwärmliche Fanatiker. In einer Woche wird sich niemand mehr an euch erinnern. Glaubt ihr etwa, ihr könntet uns aufhalten? Es ist sogar noch besser. Die Verzweiflung wird einem noch härter, wenn ihr lange genug die kalte Schulter zeigt. Oh Gott. Oh Gott. Ihr, ihr? Glaubt ihr etwa, wir wären schon am Ende? Dann kann auch nichts geschehen, wenn ihr uns euren Plan verratet, oder? Wenn es in der Hölle keinen Platz mehr gibt, kommen die Toten auf die Erde. Es werden Chaos und Zerstörung regieren. Und ich sehe euch. Ja, euch beide. Wie ihr auf einer Schwelle zu eurer neuen Welt steht. In Angst ertrinkt und verschmerzt. Schreit. Oh Gott. Wir machen uns schon voll in die Hosen. Wann? Ich kann... Ich kann diese Vision zur Realität machen. Nur zu. Führt uns zu eurem Heiligtum. Worum alles in der Welt seid ihr hergekommen? Von unten. Eure Schicksal... Eure Schicksal erwartet euch bei Shopping Caesar. Da waren wir vorhin noch was einkaufen. Oh mein Gott, im Supermarkt. Alter. Das war einfach. Können wir nicht versuchen, so zu tun, als wären wir ihre Konfrontation zu vermeiden? Wir werden uns nicht wiedersehen, Freaks. Ich bin nicht besonders gut darin, dir bewusst zu sagen. Daher muss das reichen. Bam! Erschießt er den jetzt? Habe ich auch gehofft. Er wird nirgendwo hingehen. Wir müssen uns also später um ihn kümmern. Außerdem hast du doch was an dem Film. Du Sau. Hör mal auf, meine Integrität vor anderen Leuten in Frage zu stellen. Alter, wir brauchen nur 416 Punkte mehr, ne? Ja, das klappt doch. Nicht so viele Leute erschießen, die leben sollen, dann geht das. Ähm, ja. Du weißt schon, dass das wir sind, die da spielen, ja? Hm. Mit einfach nicht so viele Leute erschießen, dann klappt das. Das können wir. Ah, was? Moment. Was? Wieso wurden uns die Leute angezeigt hier? Welche Leute? Naja, ich habe hier gerade gezeigt bekommen, wo jemand steht. Hast du das Schiebmodul angemacht? Nein, auf die! Scheiße. Shit, ey! Alter! Das ist jetzt aber schnell eskaliert, ne? Naja, ist das, äh, hm. Da liegt doch noch was. Ja, hier liegt noch ein Haufen Zeug. Ich habe erstmal geguckt, dass ich, äh, ich heile mich. Ja, heile dich. Und ich bin auch, ach man, ich bin auch infiziert. Scheiße hier. Welche Taste war denn das jetzt? Ah, hier. Nein! Scheiße. Komm nicht. Darf ich R drücken, bitte? Achso, ja, drück der R. War denn das schon wieder? Ich hatte keine Munition mehr. Der schon! Ähm. Äh! Ob ich das hasse, ne? Jetzt nochmal streng nach Vorschrift. Der Polizei, äh, Vorschrift und so. So. Typ! Der hat sich ergeben? Ja, der Zombie ist tot. Fantastisch. Meinst du das jetzt wie die Fanta? Fanta-tastisch? Mann, nein. Alter, die ballern ja aus allen Öffnungen. Was ist denn da los? Kann ich nochmal R drücken? Oder holst du schon wieder tot? Ja, dann drück bitte R. Ich hätte mir halt nein gesagt, aber das wäre ja gelogen. Ja, das stimmt. Äh, was denn? Was zum... Was war das denn? Ich... Ich habe mich... Ich hänge hier am Zombie und an den Türen, verdammt. Ja, und alle sind schon wieder verletzt. Was für eine Scheiße. Ey! Du hast mich eingeklemmt! Ich war auch eingeklemmt. Der hat schon wieder mit seinem Messer rumgefuchtelt. Wie ist der denn jetzt hier vorgetänselt? Ja, der kam angefuchtelt. Oh. Hm. So, nochmal auf. So, jetzt aber streng nach Vorschrift. Ähm... Ähm... Ja? Ich habe gesagt, streng nach Vorschrift. Lass ich in unsere Vorschriften reingehen und schießen und dann Fragen stellen? Nee. Ich glaube, die Reihenfolge war ähnlich, aber ein bisschen anders. Hm. Ich bin mir aber jetzt auch nicht mehr so sicher, wo du das sagst. Dann hast du mich auf der Akademie nicht aufgepasst, ne? Moment, war das Schießen reingehen und Fragen stellen? Nee, Fragen stellen, Schießen reingehen. Nee, ach Mann. Ey, der Zocki haut nicht ab. Oh nein! Bist du jetzt verletzt? Warte erst, bis du vergiftet bist. Weil dann bringt das eh nicht viel, dich jetzt zu heilen. Warum nicht? Ah! Was? Sag mal! Das war meiner! Ah, wir sind so gut schon wieder, ne? War die da? Und dann... Umgeboxt. Tot. Aha. Äh... Typ? Hallo? Warte, wieso? Hier war doch gerade ein Typ mit Waffe und ich doch... Na, manche entwickeln sich halt erst. Nein. Ich bin... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ha! Muss ich der Todesspur folgen? Ach, dann... Ja, ja, aber die ist glücklich ausgegangen. Wieso bockst du auch? Das ist schon vom Winkel her so doof! Du, ich glaube, du willst mich verletzen. Kann das sein? Hast du richtig Bock drauf? Nö. Ach, scheiße, ich muss nachladen. Tut mir leid, Zivilist. Wieso hast du jetzt den Zivilant gehabt? Das ist richtig, weil ich jetzt das da wisch... Ah, jetzt kann ich mir das Zivilant... Ist doch nicht dein Ernst? Alter! Steht sie hier? Äh... Der Zombie... Ich muss nachladen! Gut mir... Ach, schieß ihn! Oh, äh, ich hab getan, was die Frau mir gesagt hat. Ja, ist doch richtig, solange wir Punkte kriegen. Kennt er nichts dafür. Oh. Ähm. Ja. Ach, die Wer... Oh, scheiße, ich hab keine Muni. Äh. Durchdrück einfach mal R. Mhm. La, 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 la. Hallo? Oh. Hältst du aber... Das war ein Schuss. Ein... Oh, wieder zum Medien, ne? Zu dem Typen hier unten. Nein! Mann, 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 Mann! So, nochmal. Entschuldigung, oh. Hallo, ho, lalala. Ja, ja, ja. Ähm. Ja? Aber wir müssen das mit dem verletzen. Das ist scheiße. Das geht nicht. Naja. Wieso schießt du auf den, wenn der gar nicht zielt? Das warst du... Was? Das warst du auch... Du hast angefangen zu ballern. Ja? Was willst du dir hier mit dem scheiß Messer fuchteln? Drückt bitte R. Oh, ich habe die Tür einfach... Ach, werde ich aufgeboxt. Ja, hast du gut gemacht. Ne. Da. Geht das? Tatsache. Ja, das geht. Geil. Komm. Aber es ist laut, ne? Äh... Nö. Och, Mann. War es gut eigentlich, wenn du da drinne bist. Nein! Alte. Nein. Nein, nein! Ach, Mann. Wieso hat denn der mich jetzt getroffen? Scheiße hier. Geh zu dem Verbrecher und mach mit ihm sonst was. Aber geh. Was? Äh. Äh. John. Nick, Patrick. Moment. Das ist der Defi. Geh bloß weg damit. Äh. 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 Oh, was tust du denn da? Bist du da nicht verletzt? Doch, ich bin verletzt. Oh, hast du mich jetzt geheilt? Danke. Ja, das hab ich. Und ich werde es befreuen. Das ist aber freundlich. Oh, ein Zombie. Juhu, wir haben ihn gerettet. Oh, Zivilist? Ja, der hat den Zivilisten angegrabbelt. Also er wollte gerne. Ach, so eine Scheiße hier. Hm. Ja, toll. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der Zombie zu dem Stachelschwein. Das ist doch wieder so ein scheiß Messerfuch. Hä, wieso kommen die auf uns angerannt und wollen dann gar nicht kämpfen? Was zum Teufel? Scheiß. Ich bin tot hinter dir. Da kommt wieder so ein Fuchtler. Der fuchtelt. Der fuchtelt das Beton. Und der ist im Zimmer rechts, hinten, neben, unter dir. Ja. Rechts, neben, unter dir. Hör, hinten rum, einmal drehen. Oh, schön. Sag mal, hä? Er wollte flüchten. Ich hab ihn nur aufgehalten. Ich weiß ja nicht, was das Spiel von mir war. Ja, da bestand akute Fluchtgefahr. Ich hab's ganz genau gesehen. Ich decke dich natürlich als dein Partner. Ja, das ist sehr gut. Was? Und jetzt geh ich dem noch das Portemonnaie klauen. Hehehe. Okay. Und du hast dann auch nichts gesehen, versteht sich? Nein. Sehr gut. Ach, was? Ein bisschen schießen? Ich schüchere dir doch ganz schön ein ab und zu. Klärt dir hier gerade was? Ach, Mann, ey. Wozu heilt man sich hier eigentlich? Oh, shit. Nein. Junge Dame. Nein. die steht gleich wieder auf die zivilist getötet okay ja die war doch kein zum ich habe aber auch gesehen dass sie auf den zombie geschossen hat aber die hatte eine waffe aber die hat sie nur für das gute auch man das nervt ja nein ich habe gesagt das doppelte lutschen ich habe mich besser auch noch mal oder soll es machen ja mach ich guck wenn du fertig bist ich bin ja infiziert auch mal das habe ich jetzt erst gesehen ach man leckum joe ok ich glaube da ist keiner oder da oben in der ecke ist einer er hat mich bedroht ja da gehe ich mit sehr gut steht das dann nachher auch im bericht genauso drin natürlich perfekt partner ja der hat uns auch bedroht ganz tolle da sehe ich nicht viel da ist so nichts das ist ja enttäuscht sie wie sehr schön wir hatten vorhin 15.000 und hier sind rohogen nehmen sie mit ich habe sie mitgenommen ja hast du mich jetzt verletzt oder der zombie es könnte wir könnten es könnte eine gemeinschaftsarbeit gewesen sein hier hatten wir alles ne wir müssen jetzt nur zu der konferenz sache hier oben ach moment haben wir vom zombie alles eingesammelt yes gut oh der ist ja schon ja der hat sich von uns ergeben ich komme von oben wir sind zivi das gibt es doch nicht und drogen da in der ecke ja uns haben vorhin 400 gefehlt wenn wir das jetzt gut spielen hast du noch ein durchbruchkit oder irgendwas oh der hat sich ergeben warte das hat ja so und hier oben sind noch drogen willst du sie nehmen alter warte mal hast du hast du noch was zum heilen ähm nein okay so ein defibrillator und ein gegengibb nee das lässt mal besser sein so kurz dann enter d 17.073 punkte jetzt müssen wir es geschafft haben ja das werden wir sehen das werden wir sehen das überspringen wir mal gekonnt ja das kennen wir schon ja wir haben es geschafft zufriedener kunden supermarkt shopping caesar jetzt gehen wir einkaufen einkaufen ja ja oh Gott ja 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 Vielen Dank.